Wir können dadurch aber nicht die Pandemie wegimpfen. Das sehen wir ja sehr deutlich auch mit den Variantenentwicklungen. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder eine Welle haben. Und wenn man es rein von den Varianten und immunologisch betrachtet, Machbarkeit ist dann nochmal eine ganz andere Frage, impfen wir im Moment ja gegen eine Variante, die es gar nicht mehr gibt, die Wuhan-Variante. Und wir haben ja Alpha bis Omikron, ziemlich viele Varianten mitgemacht, wo wir eigentlich gar nicht mehr eine richtige Schutzwirkung haben. Ein Fehler in meinen Augen in der Kommunikation war von Anfang an zu sagen, wir haben einen Schutz vor der Infektion, es ist ein Fremdschutz, wir schützen, kriegen eine Herdenimmunität, das haben wir ja nicht. Es ist ein Eigenschutz und der einzelne Person schützt sich selber, macht was zur Gesundheitsvorsorge. Und hat es damit das System voll belastet. Das ist aber eine andere Frage. Und wenn das Argument ist, wir schützen das System vor Überlastung, dann ist für mich die politische Frage dahinter, warum setzen wir da denn eigentlich nicht an, dass wir das System der Überlastung nicht in den Griff kriegen. Wir wissen doch schon seit sehr, sehr lange, dass wir ein Personalproblem haben, dass wir ein enormes Problem im Gesundheitswesen haben. Und das ist ja eigentlich das Argument dann, was angepackt werden muss. Und das ist ja auch ein bestimmtes Problem, dass wir uns auch nicht an, wie wir uns nicht mehr connecten, dass wir uns nicht mehr Minuten haben.